Hallo Leute, Marc hier von MagMath Studios. Willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal wieder einen Modellbausatz vor. Das hier ist der Star Wars First Order Stormtrooper von Bandai. Ich bin großer Star Wars Fan und vor kurzem habe ich bereits den R2D2 und den BB-8 zusammen im Set von Bandai gebaut und die waren wirklich klasse. Das Video dazu findet ihr auf meinem Kanal. Und im gleichen Maßstab 1 zu 12 gibt es eben auch eine ganze Menge Figuren von Bandai. Und das hier ist eben der Stormtrooper. Bestellt habe ich das Ganze bei Blacksbricks.de. Das ist ein Versandhändler, der sich auf Science-Fiction-Modellbau spezialisiert hat. Dort kostet der First Order Stormtrooper zum Zeitpunkt dieses Videos knapp 32 Euro. Alle Infos und Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die Bandai Star Wars Bausätze sind auch nicht ganz so einfach zu bekommen. Die sind für den asiatischen Markt vorgesehen, besonders Japan. Und gerade bei der Star Wars Lizenz passt Disney tierisch auf. Für den europäischen und amerikanischen Markt ist eben Revell zuständig für die Star Wars Bausätze und für den asiatischen Markt eben Bandai. Bandai hat sehr viel Erfahrung mit beweglichen Figuren als Bausatz. Die sind für die Gundam Bausätze zuständig. Und in dieser gleichen Bauart gibt es eben die Star Wars Bausätze. Die werden nicht geklebt. Die werden nur zusammengesteckt. Bandai typisch. Und bleiben nach dem Zusammenbau voll beweglich. Man kann die also in jede mögliche Position dringen. Hier haben wir schon mal die Bauanleitung. Die Figur wird Schritt für Schritt zusammengesetzt. Hier sehen wir das fertige Ergebnis am Ende. Es sind noch Aufkleber dabei etc. Man muss diese Figuren auch nicht nachträglich lackieren. Die sind bereits farblich intelligent eingefärbt, dass hier alles zusammenpasst. Auch wenn diese Bausätze nur gesteckt werden, die richten sich durchaus an den ambitionierten Modellbauer, der schon etwas Erfahrung mitbringt. Die Qualität der Bandai Bausätze ist wirklich exorbitant gut. Die haben das ziemlich perfektioniert. Hier passen alle Teile wunderbar ineinander. Durch meinen ersten Bandai Star Wars Bausatz wurde ich auch inspiriert, endlich mal einen Gundam Bausatz zu bauen. Das sind eben diese haushohen Kampfroboter, die es von Bandai schon seit über 30, 40 Jahren als Bausatz gibt. An der hohen Qualität merkt man auch sehr schnell, dass Bandai da sehr viel Erfahrung hat, solche humanoiden Figuren umzusetzen. Außer dem Stormtrooper liegt hier noch eine Base bei, wo man eben die Figur draufstellen kann. Dann kann man natürlich noch verschiedene Waffen und verschiedene Hände dran montieren. Das alles lässt sich auch noch nachträglich ändern. Man kann die Figur auch jederzeit wieder auseinander bauen. Bei den beiliegenden Aufklebern hat man die Wahl. Einmal gibt es den Satz als Nassschiebebilder, wie man es aus dem Modellbau kennt, oder eben als ganz normales Sticker. Wie gesagt, eine Lackierung ist nicht nötig. Die Figur ist schon so perfekt eingefärbt. Und ich würde sagen, ich starte jetzt gleich mit dem Zusammenbau. Dabei werde ich euch auch nicht zulabern. Ihr könnt den Zusammenbau in den nächsten paar Minuten mit Musikuntermahnung genießen. Ich melde mich wieder bei Minute 715 mit dem fertigen Modell und meinem Fazit dazu. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Euer Mark von MacMap Studios. Ciao. Bis zum nächsten Mal.